Erinnert ihr euch noch an meine Altbier-Serie neulich hier auf dem Kanal? Ich habe damals richtig viel Energie investieren müssen, um richtig gutes Altbier nach Wien zu bekommen. Wenn ihr es einfacher haben wollt, ich habe einen Weg, den verrate ich euch, wenn ihr wollt, in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video der besonderen Art. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und hoffe, dass viele Altbier-Freunde von euch mit dabei sind. Von gut gebraut gibt es nämlich jetzt für Altbier-Fans eine Bierbox unter dem Titel Altbier United. Und da sind 5 Altbiere drin, ein Verkostungsglas und noch ein bisschen mehr. Und was da genau drin ist, das will ich jetzt mit euch gemeinsam rausfinden. Erstmal ist das Ganze super verpackt. Gibt und das ist vielleicht schon die erste Argumentationshilfe für euch, wenn ihr die Biere haben wollt. Es gibt offensichtlich für jedes der Altbiere auch den passenden Bierdeckel dazu. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Wir haben hier das Füchschen-Alt. Kommt hier auf diese Position. Dann haben wir natürlich, das Ürige war bei mir, mit bei den Besten dabei. Das ist auf der anderen Seite. Dann gibt es das Schumacher-Alt, war auch richtig gut. Gehen wir dann mal da her. Und dann gibt es das Schlüssel-Alt. Ich glaube, ich hatte eine andere Flasche. Aber es ist das Schlüssel-Alt. Und dann bleibt nur noch das Kürzer-Alt. Das haben wir dann auch da noch mit drin. Und das ist ja ganz wichtig und das war bei mir auch ein Briesenproblem. Es gibt auch ein passendes Altbierglas dazu. Altbier United, ich glaube, das könnt ihr jetzt nicht so sehen. Das Ganze auch schön gebrandet. Aber damit ist noch nicht Schluss. Es gibt nämlich noch eine ausführliche Beschreibung dieser Biere. Also könnt ihr euch dann noch mal schlau machen, wie das Bier schmecken sollte. Und dann gibt es einen 20% Gutschein für Craft Beer & Street Food. Eine Führung durch Düsseldorf. Zweimal im Monat freitags findet die offensichtlich statt. Und ja, da gibt es einen Ermäßigungs-Code. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann habt ihr da auch noch mal richtig Glück. 18,99 Euro bei gutgebraut.de ist das Ganze zu haben. Und perfekte Vorbereitung für euren Düsseldorf-Urlaub. Ich werde mir jetzt mal eine Tour nach Düsseldorf planen, weil die Tour interessiert mich auf jeden Fall. Und dann mache ich das nämlich auch mal richtig vor Ort. Ich hoffe, ich konnte euch, wenn ihr Altbierfreunde seid oder es werden wollt, ein bisschen helfen. Das ist definitiv ein richtig gutes Angebot, wenn ich daran denke, was ich für die Biere habe ausgeben müssen. 18,99 Euro, glaube ich, bei gutgebraut.de. Schaut einfach mal vorbei. Es lohnt sich definitiv. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Bierverkostung. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers!